Getreide, Füchse, Nebel, Wärme, Böcke, Nachwuchs, Ernte und die Blattzeit. Es sind alles Dinge, die den Sommer prägen. In diesem Kurzfilm nehme ich dich mit, zeige dir meine Wildbeobachtungen, meine Eindrücke, die Erlebnisse dieser Zeit, eine kurze Zusammenfassung von der Bockjagd 2021. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 So, ich gebe mir jetzt mal selber den Bruch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.